Geh mal E! 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 Wir kommen wieder rein! Follow the commander! Oh! Doch! Oh! Follow the commander in den Tod! Och ne! Krass! Hier hinten kommt ein Panzer angefahren, der schießt bestimmt hier rein! Oh! Ich hab's gerade gesagt! Schießt er mir hier direkt das Ding ins Gesicht! Ah! Scheiße! Ich kann keine Leitern! Ich kann keine Leiter! Hol du den Lexi! Das ist ein Panzer, der schießt den Rauch 100% rein da! Oh! Ich lieg drin, Dode! Oh shit, ohne Smoke! Der Panzer schießt hier rein, wir müssen hier weg! Ja, ich mach ihn schon gut! Ich steck auf jeden Fall ein! Och! Geh mal E! Boom! Da kommt er, da kommt er durch! Jo, was ist das für ein Headglitch! Headglitch! Der läuft parallel, gell? Da sind sie alle! Da sind sie alle! Nein! Aufgeräumt! Da kommt noch, da kommt noch welche! Achtung, da retzt einer! Der retzt einen! Rein da! Der hab ich! Den auch! Hier hast du Smoke! Dafür kommst du in den Himmel, hat er gesagt! Du bist mein Engel! Oh! Hier liegt noch einer! Genau neben mir! Hier liegt er! Der retzt gerade! Jetzt Attacke! Hier liegen sie auf dem Boden! Hier! Den einen hab ich! Hier! Hinter dir! Hier! Hier! Genau hinter dir! Jetzt sind sie tot! Ja! Wie siehst du? Ich hab doch hingeschossen! No! Hier, guck mal! Hier! 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 Ich versuch gerade den Sniper da oben wegzukriegen! David Huhn! David Huhn hat mich! Das ist friendly Panzer! Nein! Was schießt auf meine Kollegen? Im Flur! Im Flur! Hier unten! Innen und Außen! Außen! Außen ist auch einer, der geht jetzt rein! Oh! Noch einer! Hab ich! sehr schön jetzt geklaut dankeschön dankeschön ich auch und ich bin einfach wieder hergerannt und war direkt tot habe ich habe ich was möchte sich hier ein ich hab ihn noch gehabt hat mich angezündet nein 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 durch die paletten geschossen und über mir und hinter mir was die liegen da rum und ach warte kurz ich krieg dich jawohl danke ach da waren zu viele hab sie beide ich komme danke mich hat einer prop orientierend got em bitch hier fliegen kranaten ich räume jetzt hier auf komm 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 da kommt sie schon da kommt sie da kommt sie wie viele kills hast du? 21 boom vier stück nice jetzt ist sauber hier eil dich nein ich hör was rein da liegt noch einer oben hinten im regal da kommt jetzt retten schieß ein schieß vor mir ich bin für dich da schieß einfach ich hab ihn schieß einfach jetzt sind wir zu dritt der andere ist raus er teilt sich eigentlich seine punkte wenn er raus geht auf uns verhalten wir dir ne ui ich rächte dich jawohl danke gerochen ne gerecht gerecht schön gesmoked wer auch immer das war ich sauber sehr gut ich hatte voll wenig hp pass mal auf ich smoke mal vor die tür ok durch klar durch die wand durch die wand ne da steht ne der sitzt direkt hinter der tür vorsicht hab ich ich versuche mal zu flanken von rechts nicht funktionier jetzt das macht leider doch gar nicht gerechnet ach wie geht denn da gar nicht gerechnet ach einmal hab ich aus dem land weg nein da war einer noch draußen die wild gun oh ne oh überfordert überfordert aber hab ich nicht getötet oh shit hier sind voll viele hier sind voll viele ich wollte gerade sagen scheiße 2 hp 2 hp ich bin damals ja oh hast du wieder was bestellt wo kommt die pizza ja ich hau noch einmal da rein fahren wir durchs tor vielleicht klappt ja 100 wir haben es geschafft was tages safe ja guck an da sind sie wieder die boys zu dritt mit abstand sogar geil